Hallo meine Freunde, Ralf in LP, aka Let's Promo, aka No Homo, aka Ralf. Der Typ, der von Anfang an Let's Promo gemacht hat. Wundert euch nicht, da draußen gibt es viele Videos, Promotion Videos von anderen Leuten. Ich probiere da geradeaus aus, suche neue Partner. Bitte hinterlasst mir zu den Videos konstruktive Kritik von euch, wie ihr diese Videos findet. Denn dadurch kann ich auch viel schneller herausfinden, wer denn unser neuer Partner wird oder es werden vielleicht auch mehrere neue Partner. Das weiß man nicht. Nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch da draußen. 1500 Abonnenten habe ich gestern erreicht. Wahnsinn. Supergeile Sache. Ich bin wahnsinnig stolz auf mich, darf man auch mal sein, und auf euch da draußen, dass ihr mir so wahnsinnig gut unter die Arme greift, mir helft, kommentiert, die Videos liked oder auch disliked. Ist ja auch in Ordnung. Tolle Sache. Ich liebe euch als Community. Wirklich geil. Jeder, der neu dazukommt, ich hoffe, du fühlst dich ja wohl und hast Spaß auf meinem Kanal. Oder eben bald unserem. Zurück zu Multigaming Gods. Steht da zwar in der Mehrzahl, ist aber eine Person. Sollen sie es aber nicht weiter stören. 61 Abonnenten und 90.809 Videoaufrufe. Hier steht auch, es gibt bald hier bei 100 Abonnenten ein Special. Komm, push den Jungen mal, der will mal ein Special machen. 100 Abonnenten sollte man erreichen können. Seit dem 19.11.2011 auf YouTube recht aktiv. Und zwar, ja, in gewissen diversen Spielen, wenn ich das mal so sagen darf, werden wir uns auch gleich darum kümmern. Wir gucken aber noch mal kurz über das Design. Alles mit dabei. Modern Warfare. Hier, Ezekiel. Ezekiel, sei schon. Ihr wischt schon diesen Typen, der auf den Dächern da rumwüpft. Hier ein bisschen, ja gut, ihr kennt die Figuren. Ich muss es nicht irgendwie großartig erklären. Oder wer hier ist. Alien Wake und hier ein bisschen Half-Life und tralala. Schönes Design eigentlich. Ganz nett. Irgendwie sieht es ja aus, als würde ich mir so eine Antenne aus dem Kopf wachsen. Hier auch. Ja. Die Antennenbrüder. Die Multigaming Antennen Gods. Ne, okay. Wollen wir jetzt ja nicht hier weiter drüber Witze machen. Wir gucken mal zu den Uploads. Ein bisschen rangezoomt. Für meine alten Augen, dass man das auch wieder besser sieht. Wir haben hier 80 Aufrufe vor drei Tagen, vier Tagen, zwei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, drei Wochen. Also es geht. Könnte mal ein bisschen mehr machen, glaube ich. Es sieht jetzt nicht so aus, als wenn wir jeden Tag ein Video kommen. Und ich glaube, das Video ist auch recht kurz mit 21 Sekunden, acht Minuten, elf Minuten. Die Let's Plays sind auf jeden Fall über zehn Minuten, was ganz ordentlich ist. Dann haben wir hier noch ein paar Specials. 50 Abos Specials in Minute, fünf Minuten. Irgendwie ein bisschen kurz. Hauptsache, okay, die Let's Plays gehen eigentlich 15 Minuten. League of Legends ist in Ordnung. Hier, geiler Kanal. Let's Promo. Yeah, voll die Bitch. Ich sag's euch. Okay, wir gucken mal weiter. Warte, warum mach ich ne Bitch? Ich weiß auch nicht. Ralf, ist doch keine Bitch, oder? Ist das eine Bitch? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich eine. Nein, bin ich nicht. Okay, zurück zum Kanal. Wir gucken uns mal hier die Playlists an. Favoriten ganz oben. Ach ja, hatte ich ja mal gesagt, warum immer hier Favoriten ganz oben? Nervt mich. Kann man auf Privat schalten, ja? Diese Playlist kann man privat schalten. Dann ist das nicht die erste, dann ist sie nämlich weg. Würde ich euch empfehlen, weil, ja, meine Meinung. Gut. Wir haben hier League of Legends, Half-Life 2, Seville, meine Kräfte. Was wahrscheinlich Survive heißen soll. Let's Play, Microsoft Adventure, Alan Wake, Demos. Portal 1 abgeschlossen. Das Schloss Edoras. Kenne ich überhaupt nicht. Zwei Videos. Ich glaube, ist auch nicht so der Renner. Du, 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 äh, äh, mh, ja. Ich glaube, Tutorials. Aber irgendwie, irgendwie, nö. So nicht, ne? So irgendwie, nö. Kleine Rechtschreibschwäche. Egal. Wir gucken mal weiter in ein Let's Play. Und zwar Let's Play Alan Wake. Deutsch. Ich frage mich immer, warum schreibt man da Deutsch hin? Ich meine, äh, Spanisch, Italiano, weiß ich nicht. Ist doch klar so. Ich meine, ist doch hier noch mehr Leitern minus, äh, was ist da? Ja. Leitern auf jeden Fall. 27p. Ziehen wir uns mal rein. Viel Spaß. Auf die Leiter. Wo ist die Leiter? Ich habe nur mal Pause gemacht. Ha, war der nicht gut. Wo ist die Leiter? Hat er doch glatt hier den Titel direkt in den ersten Satz reingepackt, wo er den Cut gemacht hat. Wir können es jetzt nochmal reinziehen, weil wo ist die Leiter ist episch. Und ist auch ein Supercut, muss ich sagen. Wo ist die Leiter? Wo ist die Leiter? Hier nicht. Ah, hier. Kletter schneller. Du bist ja nicht irgendwie auf der Suche nach deiner Frau. Verdammt, ich muss die nochmal wieder runterlassen. Ich dachte, ich wäre dann schon mal zogen. Hopp. Okay, dann tun wir das Ganze halt doch nochmal runter. So. Jetzt stimmt es daran. Du bist auf der Suche nach deiner Frau, also beeil dich beim Klettern ein bisschen. Ja. Hallo, es geht um Leben und Tod. Junge. Ein bisschen Respekt hier vor deinem... Vor deinem Frau. Vor dem Leben deiner Frau. Ach komm schon. Und ich bin so blöd wie kacke. Also nochmal klettern. Dauert zu lange. Dauert zu lange. Hier rüber. Dort rüber. Okay, jetzt gucke ich mich erstmal um, bevor ich irgendeinen Blödsinn mache. Hier bringt es mir nämlich überhaupt gar nichts hochzuklettern. Überhaupt ganz und gar nichts. Was ich tun soll, weiß ich trotz allem nicht. Nein, bevor du weiterredest, mache ich immer Pause. Man merkt, dass du nicht weißt, was du tun sollst. Und irgendwie... Alter, Respekt vor dem Leben deiner Frau, der... Was hat das da los? Unterhaltsam sieht anders aus, finde ich. Alles dazu in der Bewertung. So Multigaming Gods, dann mal zu eurer Bewertung des Kanals. Ich sage ja auch wieder zu eurer Bewertung, weil ich festgestellt habe, dass ihr doch zwei seid. Und zwar hast du in einem Video erwähnt, was ich vorher nicht mitbekommen habe, dass Jan, dein Partner, mit dir zusammen auf diesem Kanal spielt. Tolle Wurst. Könntest du auch in die Videobeschreibung schreiben oder in der Kanalbeschreibung, so irgendwie dahin, wo man es auch lesen kann. Zur Videoqualität. Hauptsächlich 27p. Alan Wake zum Beispiel ist 27p, die maximale Auflösung, ist dennoch leider ein bisschen verschwommen, das Bild. League of Legends, da habt ihr 1080p. Jetzt muss ich tief durchatmen. Was zur Hölle ist mit League of Legends bei 1080p los? Jeder, der jetzt nicht weiß, wovon ich rede, schaut euch bitte Folge Nummer 7 an. Pixelblöcke ohne Ende. Es ruckelt wie Sau. Das ist das schlechteste Bild eines Displays mit 1080p. Warum auch immer, was ich jemals hier bei Let's Provo gesehen habe. Unglaublich kacke. Ja, also Wahnsinn. Warum? Was tut ihr da? Was habt ihr getan? Als wenn jemand richtig, richtig kacke sein möchte, sollte sich bitte League of Legends Nummer 7 reinziehen. Das ist ganz schwer zu toppen. Ich will jetzt hier keinen Wettbewerb starten. Wer macht das schlechteste Let's Play? Aber wow, das ist mal definitiv absoluter Spitzenreiter gerade. Videoqualität macht halt eben viel aus. Und ich bin, ich, 480p sieht noch nicht mehr so beschissen aus wie euer 1080p League of Legends. Also unglaublich, was auch immer ihr da gemacht habt. Ihr habt es so richtig verkackt. Puh, Videoqualität daher 2 von 10 Punkten. Zur Soundqualität. Dein Mikro, also nicht das von Jan, rauscht extrem. Bei Portal 1 hört man das sehr, sehr stark. Jan zum Beispiel klingt bei... Klink, 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 klink. Keine Ahnung, irgendwie bin ich gerade, hatte ich Bock dazu. Jan klingt bei League of Legends viel zu leise. Im Hintergrund, ähm, ja, weiß ich nicht. Die Stimme von ihm kommt nicht durch, man hört ihn nicht richtig. Und dein Mikro ist einfach lauter als er, ist ein bisschen schade, weil ihr redet ja miteinander. Und dann sollte man auch den Partner besser verstehen. Bei den ersten Parts von Portal, ähm, hast du mit deinem Mikro echt ein bisschen Mist gebaut. Das ist viel zu leise, in-game-Sound viel zu laut und man hört deine Stimme nicht mehr. Ja, du hast dann auch gesagt in den späteren Parts, dass du, äh, ich zitiere, diese nervige oder hässliche Stimme in-game, äh, dann hören möchtest, dann sagst du nichts, wenn sie redet. Ich weiß nicht, ob man das so sagen sollte, weil irgendwie ist die Stimme doch eigentlich ganz cool so und irgendwie auch besser als deine. Aber gut, die ist nervig und hässlich und hässlich als Stimme. Ich weiß gar nicht, wie sieht eine hässliche Stimme aus? Hört man das? Sieht man das? Ich weiß es nicht. Das Abmischen zwischen dem In-game-Sound und dem Mikro ist verbesserungsfähig. Auf jeden Fall, da kannst du mehr draus machen, da musst du mehr draus machen. Bei Soundqualität 3 von 10 Punkten. Was habe ich da gerade gemacht bei der Bewertung? Warum habe ich da gesungen? Oder so ein Beat? Ach, was weiß ich. Zur Kanalvielfalt. Leider wenig Uploads. Wie du aber selbst sagst, hast du im November eine neue Leitung, eine 25K-Leitung, was auch immer das sein mag. Und dann solltest du auch täglich wieder Uploads machen. Habe ich gehört, habe ich mitbekommen, fließt mit in die Bewertung ein. Nichtsdestotrotz aktuell ziemlich wenige Parts. Dein Partner Jan lädt auch nichts hoch, weil kaputtes Headset. Irgendwie ein bisschen kacke so, jetzt seid ihr schon zwei Leute und ihr kriegt trotzdem nichts gebacken. Also da müsst ihr ein bisschen auch nicht arbeiten. Das ist irgendwie viel zu wenig. Ja, dazu nochmal Gotts in der Mehrzahl, ganz klar. Jan und du ist nicht verkehrt, habe ich am Anfang einen Fehler gemacht. Ich dachte, du bist alleine. Liegt aber auch daran, dass du halt nur du gerade Videos hochhältst. Aber ihr könnt, naja, egal. Ihr werdet es schon irgendwie hinkriegen. Manche Videos von dir sind sehr kurz. Meiner Meinung nach viel zu kurz. Eine Minute, 50 Sekunden, 5 Minuten, das Abo-Special. Würde ich doch mal ein bisschen mehr draus machen, dem Zuschauer ein bisschen mehr bieten. Fände ich mal nicht schlecht. Du hast schöne Projekte, aber leider auch viel zu wenige Videos in deiner Playlist. Auch Portal 1 hat nur 13 Parts. Du hast irgendwie so tote Playlists, was mich ein bisschen nervt, weil, wie ich schon in anderen Videos gesagt habe, wenn einem ein Projekt gefällt und es wird nicht weitergeführt, weiß man nicht warum und wann geht es weiter und warum und wieso, weshalb. Ja. Dann haben wir die meisten Parts mit fast 10 Minuten Länge. Fast 10 Minuten sage ich mal, manchmal drunter, manchmal drüber. Meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz. Ich mag nicht mehr so die 15 Minuten Parts, 20 ist auch okay, aber dann wird es schon wieder zu viel. Die Playlists sind leider eben nicht gut gefüllt und daher bei Kanalvielfalt von mir 4 von 10 Punkten. Kommen wir zum Kommentarstil. Eine feine Sache war das Modern Warfare 3 Commentary, was du jetzt recht neu hochgeladen hast. Fand ich echt schön. Commentary ist durchgehend flüssig gesprochen und recht informativ. Hat mich positiv überrascht, muss ich wirklich sagen. Im Display von Alan Wake hast du sprachliche Fehler und irgendwie sprichst du auch sinnloses Zeug. Und leider ist das Ganze auch nicht witzig. Junge, ja, wie du auch so schön betont hast. Noch ein Zitat aus dem Let's Play. Ich bin so blöd wie Kacke. Ist meiner Meinung nach völlig fehl am Platz, ja. Sowas in dem Let's Play. Soll das witzig wirken? Findest du es in dem Moment wirklich gut, das zu sagen? Sich selbst irgendwie schlecht zu machen? Nicht so wie mich hier. Let's promo, du no promo, no homo, haha, Witzelustig. Ja, oh Gott, Romo, du Spacken, du hey. War das witzig? Nein. Oder? War es witzig? Nein. Ich fand's super. Nein. Das war scheiße. Also, unterlass sowas. League of Legends Together ist mir viel zu kindisch. Ist nichts für mich. Bin ich wahrscheinlich zu alt. Keine Ahnung, ob es den anderen Zuschauern gefällt. Ist nichts für mein Ding. Ihr nutzt auch beim Together viel zu viele Ausdrücke und beschimpft euch gegenseitig. Ja, das könnt ihr gerne so auf dem Spielplatz machen, wo ihr sonst so rumhängt. In der Disco, was weiß denn ich. Aber bitte nicht im Let's Play. Auch Mist. Kommentarstil von mir. 3 von 10 Punkten. Das Design. Ich finde es schön, dass das Design weit nach unten geht und es ist auch wirklich sauber gemacht. Finde ich. Nichts daran auszusetzen. Ist aber auch nicht wirklich so. Das Hammer-Design kennt man von jedem Kanal. Ein paar Charaktere. Ein bisschen zusammengeschnüppelt. Ja. Bei Design 2 von 5 Punkten. Kommen wir zu den Sonderpunkten. Ich war ja fast schon dazu geneigt, dir Sonderpunkte zu geben, weil dieses League of Legends Nummer 7 einfach das beschissenste Let's Play ist, was ich jemals gesehen habe. Das wäre jetzt natürlich die pure Ironie und deswegen mache ich es nicht. Aber ich bin ja auch nicht der Ironiker. Da gibt es das Wort überhaupt. Nein, ist aber auch scheißegal. Ist ja auch mein Kanal. Ich kann sagen, was ich will. Bei Sonderpunkten also 0 von 5 Punkten. Kommen wir zum Gesamtergebnis. Ihr, oder ja, Jan, dein Kumpel und du, ihr erreicht heute bei mir 14 von 50 Punkten. Verbesserungsfähig. Definitiv. Ich habe dir einige Punkte genannt, wo ihr euch verbessern müsst. Jan viel zu leise, jetzt Mikro auch kaputt. Kauft ihr was ordentliches. Wartet auf Weihnachten, Halloween oder lasst ihr statt Süßigkeiten ein paar Euros in die Hand drücken. Was weiß denn ich. Aber bitte macht was an eurem Sound. Genauso die Videoqualität und das mit dem Upload ist zwar ärgerlich. Ich kenne es selber, aber nichtsdestotrotz kann man bessere Qualität liefern. Und bei dem Output, den du gerade hast, würde ich sagen, dann lieber Qualität als Quantität. Ansonsten, meine lieben Zuschauer, wie hat euch das Video gefallen? Sagt es mir in den Kommentaren. Hinterlasst mir ein paar Nachrichten. Natürlich in den Kommentaren, wo sonst nicht per PN. Und ja, wenn euch der Kanal gefallen hat und ihr Lust drauf bekommen habt, vorbeizuschauen, schaut bei ihm rein. Hinterlasst ihm auch bitte konstruktive Kritik und schaut euch League of Legends Nummer 7 an. Ah ja, übrigens Multigaming Gods. coole Sache wäre, einfach nur zum Spaß, weil ich es einfach gerade so witzig finde. Bitte schickt mir doch dieses Video als Videoantwort auf dieses LetzPromo-Video. Ihr werdet mit Sicherheit sehr, sehr viele Views bekommen. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das liked es bitte nicht, weil ich finde es einfach so cool, so scheiße, dass es wieder cool ist. Ja, das war es dann wieder von mir. Ich bedanke mich fürs Reingucken. Bis zum nächsten Mal. LetzPromo sagt Tschüssi. Tschüssi. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß.